Hallo, hier ist der Heiko von Aqualon24. Ich habe euch hier die Maske Look von Aqualon mitgebracht und möchte ich euch jetzt ein bisschen genauer vorstellen. Die Look ist eine ganz klassische Zweiglasmaske. Ihr habt hier am Band eine ganz feine Verstellmöglichkeit, zum enger machen einfach am offenen Ende ziehen, zum weitermachen leicht anlupfen, dann kann ich von innen das Band weitermachen, ansonsten wie viele andere Masken auch, doppelte Dichtlippe, es gibt die Look in vier verschiedenen Farben mit einem klaren Silikon, es gibt sie in komplett schwarz, also mit schwarzem Silikon und eine ganz besondere Sache bei der Look ist die Option aufs Einbauen von optischen Gläsern, die von Aqualon ab Werk zu bekommen sind. Ihr habt optische Gläser im Minusbereich bis minus 10, immer in 0,5er Schritten und im Plusbereich Bifokal, das heißt mit dem Leseeinsatz bis plus 3, auch da immer in 0,5er Schritten. Die Gläser lassen sich problemlos hier gegen die normalen Gläser austauschen, sodass ich mir ganz einfach meine optische Maske mehr oder weniger selber bauen kann oder im Fachhandel zusammensetzen lassen kann. Das war die Maske Look von Aqualon, bis zum nächsten Mal, euer Heiko von Aquanaut24. Das war die Maske. Untertitelung des ZDF, 2020